Oh nach 8 Leute üblich, ich denke. Geht ja gleich los. Wir haben aber nicht viel Geld, 155. Er ist eine Welle, dann kann ich hier auch sterben. Display. Warte mal ein bisschen. Ich will doch nicht mal die Panzerung richtig auffüllen. Nö, stimmt nicht. Ich habe gerade mal 17 Panzerung. Display ist gestartet. Hallo meine lieben Freunde. Wir haben nur noch Bock auf Killing Floor und ich hoffe ihr auch. Ja. Mein Kollege hier, Iloka. Hier steht er. Ich schließe die Kapsel gleich. Juppie. Juppie. Warte mal, ich kann vor dir stanzen. Was soll das? Genau, ja. Schaut euch das an hier. Die Pankerin. Ich bin drauf. Ich habe noch einen Rock, Alter. Diesmal in blau und grüne Haare. Jawoll. So. Was geht's los? Ja, ey. Du gehst runter. Schön. Kein schlechter Anfang. Das war aber nur zu. Was ich euch noch sagen wollte, wir spinnen ja auch schwer. Wir spinnen ja auch schwer. Wir spinnen ja auch schwer. Ja. So. Die zweite Bälle ist gestartet. Zehn haben wir. Und wir spielen beide den Berserker. Wir werden nachhangen bei. Das ist der Berserker. Komm, Dickerchen. Jawoll. Jawoll. Das sind fast alle. Jawoll, ey. Ist nix. Nix. Hier draußen ist es kalt. Auf die Letzte. War der Letzte, ja? War der Letzte, ja. Du musst dir Geld besorgen, sonst kann ich dir nicht helfen. So, was haben wir denn? 300. 350, ja. Wo sind sie? Leute, müssen wir ein bisschen sparen hier. Ah, okay. Pistole auf, 200 Schuss. Da geht momentan noch nicht. Halte still, oder die Arznei wird verschwendet. Setz geortet. Ich muss die Kapsel gleich schließen. Gucken, hat jemand Kohle? Passt deine Schönheit. Soweit, so gut. Hahaha, der kann anders tanzen, Alter. Geil. Hat jemand Geld? Die Zeit ist fast um. Wie? Geld? Geld. Kann jemand helfen? Geld von da. Danke. Manchmal wünsch ich mir, ich wäre eine Katze. Die Zeit ist um. Geht und tötet mehr Zets. Es stimmt also doch. Du bist dicker als Wasser. Voila! Ich muss fliegen. Zu vorn. Ich muss rein. Ihr habt ihnen schon zugesetzt. Aber es sind noch einige. Ein Konkurrenz! Das ist ein Konkurrenz. In der Unverschaps. Ob diese eine Katze ins schrägen. Dann kommt dort noch was. Oh nein, das ist ein Konkurrenz. Der Akz ist ein Konkurrenz. Hahaha Jawohl. Es freut mich, dass sie es geschafft hat. Ja, wir halten noch einige, das ist irgendwie. Ja gut, das ist jetzt die zweite Runde gewesen, dritte Runde jetzt. Das geht noch. Das schnelle Laufen gefällt mir. So, jetzt haben wir... Ich hole mir jetzt die doppelte 9mm. Das mache ich zu Anfang immer. Ja, pränkelt. Dann lade ich sie auf. Zwei Reise für das Magazin. Das ist gut, ja. Granaten, wir nehmen noch. Bisschen Panzerraum. Und etwas Geld zu erübrigen. Ist du wieder in Ordnung? Ich gehe für immer in deiner Schuld. Ich brauche etwas Geld. Kann jemand helfen? Ich schließe die Kapsel gleich. Ja, ich muss nachladen. Nein. Gibt keiner was. Gut. Die sind wieder alle spendierfreudig heute. Die Kapsel ist geschlossen. Gebt euer Wissen. Danach hat man ja großartig Geld. Vorsicht. Hier drinnen ist es dunkel. Bisschen was ich vermisse? Licht. Händler inzwischen was. Händler inzwischen was. Ja. Komisch. Hier. Uh. Ach, da ist ja einer. Wichtig. Kein schlechter Abfall. Das war aber auch zu. Oh, voll die Bähne weg. Strombo, Alter. Strombo, Alter. Boah, voll die Bähne weg. Boah, voll die Bähne weg. Oh, jetzt ist es fertig. Das hat ruhig gesagt. Gue hier. Wir weg, ich muss weg. Ich muss eine zubekommen. Das ist noch nicht so gut. Ich kann nicht mehr mit dem Sprichung stehen. Da geht's. Eeeee. Ey! Meine Stiefel? Dein Gesicht. Häh? Ich schneide ich auf. Ja. ich bin ja auch der was wir schon ja die kapsel ist sicher und offen ich habe noch ein bissel so 1 4 habe ich jetzt ich konnte mir die ganze zeit nichts da hat immer ein bisschen was gefehlt und jetzt habe ich 1 4 gehabt jetzt habe ich noch einen einzigen dollar und habe dann die schaufel verkauft dann hatte ich 1 500 jetzt das ding geholt gleich hier weil ich gebe keinen geist für irgendwelche waffen aus die zeit ist fast um ich kann nur die rüstung nehmen und die granaten und die position dann bin ich wieder blank waren schon wieder 500 wieder klicken? warum das denn? nö nö nix klicken hier wir haben den gekickt ja dann haben sie es ja 3 gegen 2 ja bestimmt weil der mitmacht oder afk ist oder was und es braucht sehr hilfe auch schwer und wenn die einer nicht mitmacht wird ist das auch scheiße das wird es wahrscheinlich sein ja wir werden schon aktiv sein ja klar dann hat wenigstens ein anderer noch eine chance mitzuspielen genau jetzt auch echt ein paar action geil die liebe ich ja die pappen die liebe ich ja die pappen ja schöner schon ihr habt ihnen schön zugesetzt aber es sind noch einige woher die die ha die der das ist der 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 die ma die aber für das das aber Du hast mal gegen die Wand geschollt. Äh, Moreno, Michel. Erledigt die letzten sechs. Dann kann ich die Händlerkapsel für euch öffnen. Niemals! Nein, nein! Es brennt so sehr! Oh, nein, nein, das schon. Fantastisch! Dank! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh! Oh! Oh, nein! Das war alles noch ablos, aber ich habe die Pump-Action, das ist natürlich geil, das ist Ich bin voller Blut Öffne das Handelsmenü und verbessere deine Ausrüstung So, 250 hätte ich noch, wenn du was brauchst Ich schlab mir die Pump-Action auf und ja, ich habe nur 345, wieviel hast du? 250 Ich muss die Kapsel gleich schließen Ne, leut es sich nicht, brauche es Dann kann ich für die nächste Melle gebrauchen, ich brauche sowieso Kohle Was ist denn jetzt? Hier Hinter dir Wo? Da Wer? Ach, Z hatte ich jetzt gedrückt Hier ist etwas Bargeld Etwas Bargeld Letzte Chance, ich muss die Kapsel zumachen Was machen, warum brauche ich nicht? Ich werde das Let's Play, meine lieben Freunde, aber Wurde diese eine Welle gemacht, die 10 Wellen ins Schloss Ich brauche noch einen Platz auf der Platte Weil danach, äh, die allererste Folge, Left 4 Death 2 Jupp, der Slime im Anschluss noch mit dir zocken Ah, vielleicht war das 2, ich freue mich, dass tierisch in die Brücken brauchen kann Ich schweiße. Die Tür ist versiegelt. Guter Start. Jetzt beende den Auftrag. Allee. Das hier wird verschlossen. Oh, Alter. Das wird langsam interessant hier. Ei, ei, ei. Ja, die Welle ist jetzt L. Ja, die Waffe. Ja, die Waffe. Bitte Handelstange, ich bin Puppen, Alter. Richtig, richtig gut. Die Zeitrufe. Oha, 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 Loppetage. Horcho, horcho, horcho. Dein 100 Gunnen. Sehr schön. Ja, aber keine Kohle. Warum kriegt ja keine Kohle? Kein Bogern. Schauen wir mal, was wir sehen. Die Händler-Kapsel Die Händler-Kapsel Die nächsten Runden werden lustig. Tote Menschen verdienen weniger. Versuche nicht so oft zu sterben. Ah, ich habe 1200. Ich nehme jemanden noch. Nein, mein Schild hat jemand eingesammelt. Nice. Er hat es mir eingesammelt gegeben. Dann hast du noch Geld? Nein, der hat es mir eingesammelt und mir dann gegeben. Hast du Geld? Ja, ja, 1000 mal fast. Dann gib mir mal 200. 300. Das wirst du ja gar nicht. 300 brauchst du irgendwas. Ja, beeil dich. Äh, bleib doch stehen. Wer noch? Noch mal, zweimal noch? Ja, jetzt habe ich nichts mehr. Ich habe Brustung noch kaufen müssen. Nee, den kann ich mir den Schnüppel noch nicht holen. Scheiße. Ich habe mir die Rüstung gekauft, mehr nicht. Alles andere ist zu teuer. Was, dass ich heute nicht meine Flipflops anhabe? Was, dass du an deinen Flipflops? Das, dass ich heute nicht meine Flipflops anhabe. Oh Gott. Oh ja, da kommt schon welche. Einer zumindest. Huah! Wer verletzt? Bin der Nappel! Nein! Was, dass ich nicht weiß? Nein! Der Schatz! Ein guter Stand, aber es sind noch viele Sätze. Der große. Auf den habe ich gar keinen Bock. Ich glaube, der will sehen oder helfen und jetzt fernhalten. Der ist nicht übel drauf. Schnell. Was fliegt denn hier auf Kondition? Ach nee. Jetzt halb mir den. Dann. Halt, 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 halt. Der großen muss sich vor fernhalten. Der haut dich platt. Pass auf! Was haben wir denn? Ich schweiße. Komm weg hier. Der ist hinter der Tür. Komm, komm, komm. Wir rennen zu den anderen hin. Manchmal wünsche ich mir, ich wäre eine Katze. Oh, oh. Jawoll, Alter. Das ist besser. Da geht weniger. Gut geschaffen! Alter, da braucht es ja nichts. Ich bin in der Gagsnall, ja. Erledigt die letzten Sets. Dann kann ich die Händlerkapsel für euch öffnen. Oh, 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 oh. Ja, sammelt meine Rüstung ein. Die liegt da unten an der Treppe. Kann ich mir zwar keine mehr holen, aber sicher. Ach, wer hat eine Abbruch? Wo ist hier der Boss? Ich bin gleich da! Hey! Ja, renn zu der Tür, wo die Treppe war. Wieso? Da liegt meine Rüstung. Braucht doch keine Rüstung. Kommt zu mir. Die Kapsel ist sicher und offen. Gut gemacht. Brauch, jetzt habe ich 1700. Ich brauche euch einen Morgenstern. Ja, meine ich doch. Das ist die Rüstung. Ich hoffe, dass sie jetzt noch da liegt. Das ist keine eigene Sache. Rüstung ist eine Rüstung. Das ist ein Knüppel. Das ist eine Waffe. Ja, der liegt noch da. So. Na, der Knüppel halt. Rüstung ist euch dazu. Ja. Rüstzeug. Das Rüstzeug. Du hast nur das passende Rüstzeug. Die Zeit ist fast um. Trefft eure Wahl. So. Achso. Die Schaufel weg. So. Schön, dass du wieder zurück bist. So. Jetzt fehlt es nicht. Dann muss die Pistole noch weg. So, aber jetzt. Was? Ich habe schon eine Menge. Oh Mann. Ach, die. Die Zeit ist fast um. So, jetzt aber. Halt deinen Mund. So. Das ist er. Genau den. Bitte, bitte einpacken. Jawoll. So. Munition. Rüstung. Wunderbar. Die letzte Sekunde. Zurück in den Kampf, Mesami. Auf die letzte Sekunde, Alter. Aber jetzt wird es lustig, Alter. Ja. Aber ich gehe hier nicht mit den Typen in den Nahkampf mit den Großen an. Das ist eigentlich nicht. Die Großen müssen größer werden. Oh, da steckt die Neon. Oh, aber okay. Oh, der kommt. Der ist ein Stark. Jawoll. Zack, 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 zack. Das hier wird zerschlossen. Soll ich jetzt sagen, dass ich mich da verraten werde, die Gefahr davon freue? Da kann ich mir lange drauf warten. Ihr habt ihnen Schiffen gesetzt, aber es sind noch einige. Wunderbar, das klappt ja wunderbar. Was macht er denn da? Was macht er denn da? Das ist mal einer auf die Rübe. Vielleicht können wir noch mal anknocken. So, das schwammelt, Alter. Ha, 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 ha. Zack. War schon gut bis jetzt. Aber wenn der Große kropp, das ist ein Spring Boss. Da hau ich ab, Alter. Ja, ha, 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 ha. Ho, 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 ho. Scheiße. Wow. 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 Ja, mit Kettensäge. Oh, ja, ha, 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 ha. Ich bin ja immer weg. So, das steht nicht mehr auf. Oh, ist das schon? Oh, ist das schon mal weg? dieser schwarm ist fast erledigt du bist im bild wir können die händler kapsel bald wieder ich gehe mal lieber zu den anderen dann kommen die mir noch mehr die rote schweißt er kamen er ist ja immer mehr ich habe mich auch mit dem großen der den hier er ist er wieder er schiebt ja auch da wird es gefährlich Oh, der hat Raketenwerfer. Der Gegner hat ja keine Chance. Geil, der hat jetzt jetzt verspottet, Alter. Die Sirene, die schreit, kriegt's erstmal noch auf die, ne? Zwölf. Problem ist, ich hab meinen Knüppel nicht mehr. Da liegt sie hier bei mir. Wenn du mich siehst, komm. Wo? Ich seh deinen Namen bloß nirgendwo. Über der Kapsel. Nee. Komm hier, hier, den Weg zu mir, ja. Hier. Da hinten. Hier liegt der Knüppel. Ach nee. Genau. Du brauchst nämlich nicht kaufen, weißt du. Mehr Sets im Anmarsch. Packt eure Sachen zusammen. Bonjour. Hol dir das Handwerkszeug für deine Job. Ja gut, selbst wenn ich hätt jetzt noch 1800, hätt ich dir noch kaufen können. Oder hätt dir meinen gegeben, hätt ich mir sauber da eingekauft. Ich schließe die Kapsel gleich. Oh, es kommt zu den anderen da hinten wieder hinrennen. Ja. Jetzt nochmal Welle 8. Muss man mal gucken hier. Die Kapsel ist geschlossen. Gebt euer Bestes. Kann man bloß keine Türen mehr zumachen, ne? Das ist schon zu. Zu gewesen. Im Saal ist schon eingetreten. Ja. Muss nachladen. Das ist Stocklumpf hier draußen. Das ist Dreschgut. Das ist Dreschgut. Achtung, hier irgendwo ist ein verhüllter Zett. Oh, die werden schon gekommen. Da haben wir schon gekept und segelt. Achtung, eins Craig. Immer noch tot. Ich komm nicht mehr zurück. Jetzt sind wir das Problem. Ja, weil die Tür ist so eng. Die Metze hier. Nein. Oh, fuck. Ja, da wollte ich wieder mehr als meinen Charakter verträgen. Ok, da ist hier der Robin. An der Treppe habe ich mich wieder zu sehr eingeklemmt lassen. Ja, können wir auch. Wir, wenn wir richtig den Kopf treffen, wenn ein Schwern schlagt, dann sind die betäubt. Dann kreiseln die so komisch. Manchmal fallen die auch einfach hin und bleiben erstmal kurz liegen. Wie der Dick jetzt zum Beispiel hier. Ja, und die kleineren haben ja fast gar keine Chance. Die Beutel sind so von rechts nach links. Die klatscht da so gegen die Wand. Alter, hier kommen die Teile. Hier und die Sirene. Direkt einruf. Ok, sie ist weg. Genau. Ach, hier bist du gestorben. Ja, genau. Ich muss dann wieder einsammeln. Wenn ich Glück habe, sammelt es jemand ein. Aber ich hätte noch so viel Geld, um mir das nochmal zu kaufen. Ja, ich bräuchte das Vampir. Das würde viel rausreißen. Oder das andere mit mehr Schaden. Da muss ich ein bisschen probieren. Aber ich glaube eher das Vampir. Wenn die lebt noch. Hau hier eine auf die Zwölf. Nee, ich bin gestorben. Diese Mieze ist wieder dabei. Es freut mich, dass ihr es geschafft habt. Geht zur Kapsel und drüste doch auf. Dann soll ich mit deiner Stelle das Tal wieder einsammeln, hier. In den Knüppel. Du bist gestorben. Das kostet dich Geld, weißt du? Weißt du, wo der ist, ne? Ja. Dann, wo die Treppe ist, schafft nur, dass keiner drüber rennen. Äh, okay. Kann ich nicht tragen. Ich habe eine Waffe für jemanden. Wer will das? Jetzt so. Ich brauche nichts mehr. Ich brauche eigentlich mal Rüstung. Verkauf dir eine Waffe. Voll Rüstung. Dann haben wir schon eine Floppe. Das muss sein. Letzte Chance. Ich muss die Kapsel zumachen. Danke. Du hast das Geld verdient. Jetzt gib es aus. Schaufel aufkaufen noch. So. Jetzt wird es richtig interessant. Aber mit guten Spielern schafft man das. Können wir ruhig noch eine wieder gehen, aber... Das dauert jetzt 10 Runden erstmal. Naja, das ist gut. Scheiße. Wo ist das denn los? Soll ich die Mucke hoch Ich glaube aber alles Also, ich werde hier überqueren Geile Mucke, Alter Hier gibt es alles a la carte. Jawohl. Jawohl. Großer. Boah, ich zieh nichts mehr. Noch einer. Schwer gestern hier. Achtung, wir sind irgendwie tot. Erledigt die letzten Sets, dann kann ich die Händler-Kapsel für euch öffnen. Läuft. Ich hab jetzt nur noch die Keule geschwungen zum Schluss, alter Schwede. Alles voll flüssig. Komplett, aber komplett. Da ist nichts mehr normalen Boden zu sehen. Es brennt schon sehr. Noch vier. Was? Position. Wo sind die? Das hier wird verschlossen. Das werden die letzten zwei gejagt. Ich hätte meine Kamera mitnehmen sollen, um diesen Ort festzuhalten. Was sind die denn? Wollen sie nicht. Einer ist noch da. Geiles Bild, alter. Er liegt hier breitbeinig. Da rennt er. Da rennt er. Auf dem Bauch, auf dem Tisch. Und hinten auf die Beine geschmeißt. Der kann sich voll in Achtung. Ich brauch so viel du willst. Gleich wird es ernst. Nee. Der will für die Götter. Der liegt auf dem Tisch. Und die Beine auseinander, alter. Da hau ich mal rauf, alter. Können wir hier mal einen Raten haben? Jetzt? Da liegt der Dieter, ja. Ja. Ich hab alles. So, Auto auffüllen. Ich hab jetzt einen Ausweiter am Startmenium. Der ist auch gut, alter. Du hast ja Schildkeule. Ich nehm jetzt meinen Ausweiter. So, jetzt kommt er bloß. Den Ausscheider. Den Ausscheider. Den Ausscheider. Ihr habt meine Kinder am Morgen. Genau den. Genau den. Weil der die Raketen dann sofort töten kann. Das ist bei dem Doktor nicht unbedingt blöd. Ist er schon, oder? Ja. Ich kannso erschrecklich... Ich habe bessere Krieger als euch. Die angefertigte Köder. Mein skthis. Wie ist das codes seguirweg? Wie ist das denn? Schrecklich Loyald! Oh 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 Sooo Du kommst an mir nicht vorbei Toll Ich steh mittendrin, guck mal ich steh mittendrin Mit meinem Teil Habte gesagt, da kommt an mir nicht vorbei Geld, Geld, Geld Das war gut, Alter So Leute Ja War ne geile Runde Und wie gesagt, wir machen jetzt noch ne Oder fangen jetzt an Noch anderes Zombiespiel zu zocken FVS2 Genau Im Koop natürlich Koop und die erste Folge, ganz frisch Mit dir heute hochgeladen Genau Ja, ich hoffe ihr habt Spaß Killing Floor, 10 Runden auf schwer War nice Gefängnis Ja, euer Robin Hood ist raus Bye Bye Und der Dicken auch Adieu Adieu Dicken auch Auf die Dicken auch Ich punch alle